Unser Altkanzler steht daheim am Eheherd, er dünstet Artischocken, pult die Dinger auch noch. Von der Frau kriegt er die Hafermilch, die trinkt er brav und isst zum Dessert Haferjoghurt mit Schokosplittern. So schöne, heile Welt, die uns dort gezeigt wird. Doch die Welt ist eigentlich eine ganz andere, denn den Mann, den wir da sehen, das ist der beste Freund von Wladimir Putin. Dem Kreml-Führer, dem Kriegsherrn, der seit einem Jahr der Ukraine ein kaltes Blutbad einlässt, der Soldaten durch den Fleischwolf dreht und Gerhard Schröder steht bis heute zu ihm. Aber die Bilder, die uns seine Frau zeigt, die sollen uns vorgaukeln, dass Schröders Welt eine Heile ist. Unser Kanzler, den sie uns zeigt, das ist ein Mann, der jetzt gesund ist, der angeblich keinen Alkohol mehr trinkt, der abgenommen hat. Gerhard Schröder stand so lange Jahre auf der Gehaltsliste von Wladimir Putin. Wladimir Putin hat ihm einst zwei Adoptivkinder geschenkt. Man kann Gerhard Schröder und die Hafermilch nicht zusammendenken. Man muss Gerhard Schröder immer mit Wladimir Putin und dem Leid in der Ukraine zusammendenken.